Fußball Frankreich Prognose für den 27. Spieltag der 1. Liga und dem 28. Spieltag der 2. Liga Letzte Woche wurden Inskis Dammt sieben Spiele-Spiele richtig getroffen. Und zwar Valenciennes mit 1 zu 2 Lyon mit 2 zu 0 Paris mit 1 zu 1 Nenze mit 1 zu 2 Catero Ux mit 1 zu 0 Reims mit 1 zu 0 Le Havre mit 1 zu 0 Nun die Prognose für Freitag-Samstag Lille Lyon 1 zu 0 oder 1 zu 2 Le Mans Strasbourg 1 zu 1 Lenz Tololose 2 zu 1 oder 1 zu 0 Lorient Nenze 0 zu 1 oder 1 zu 0 Marseille Auxere 3 zu 1 oder 1 zu 1 Metskan 0 zu 2 oder 2 zu 0 Monaco Valien-Kiennes 1 zu 1 oder 2 zu 1 Succa Oxrennes 1 zu 1 Saint-Étienne-Neus 2 zu 1 oder 1 zu 0 Bordeaux-Paris 3 zu 0 oder 0 zu 1 Ayakio-Reims 1 zu 1 Bonobne Amiens 0 zu 1 oder 1 zu 2 Dion Clermont 0 zu 1 oder 0 zu 0 Beugnon Brest 1 zu 2 oder 1 zu 0 Gugengam-Sedain 1 zu 0 oder 1 zu 2 Montpellier-Angels 1 zu 0 oder 0 zu 0 Nantes-Liebe-Urne 1 zu 0 oder 0 zu 0 Njot-Chatteraux 0 zu 1 oder 1 zu 1 Grenoble-Bastia 1 zu 1 oder 0 zu 1 Treus Le Havre 1 zu 0 oder 0 zu 1 Ball Frankreich Prognose für den 27. Spieltag der 1. Liga und dem 28. Spieltag der 2. Liga Letzte Woche wurden ins G-Stamt 7 Spiele-Spiele richtig getroffen Und zwar Valenquiennes mit 1 zu 2 Lyon mit 2 zu 0 Paris mit 1 zu 1 Nenze mit 1 zu 2 Cateraux mit 1 zu 0 Reims mit 1 zu 0 Le Havre mit 1 zu 0 Nun die Prognose für Freitag-Samstag Lille Lyon 1 zu 0 oder 1 zu 2 Le Mans-Strasbourg 1 zu 1 Lenz-Tolose 2 zu 1 oder 1 zu 0 Lorient-Nenze 0 zu 1 oder 1 zu 0 Marseille-Auxerre 3 zu 1 oder 1 zu 1 Metzkan 0 zu 2 oder 2 zu 0 Monaco-Vallien-Kiennes 1 zu 1 oder 2 zu 1 Soka-Aux-Rennes 1 zu 1 St. Etienne-Neiss 2 zu 1 oder 1 zu 0 Bordeaux-Paris 3 zu 0 oder 0 zu 1 Ayakyo-Rheims 1 zu 1 Pologna-Amins 0 zu 1 oder 1 zu 2 Dion Clermont 0 zu 1 oder 0 zu 0 Beugnon-Brest 1 zu 2 oder 1 zu 0 Go-Ingam-Sedain 1 zu 0 oder 1 zu 2 Montpellier-Angers 1 zu 0 oder 0 zu 0 Nantes-Liebe-Urne 1 zu 0 oder 0 zu 0 Njord-Chatteraux 0 zu 1 oder 1 zu 1 Grenoble-Bastia 1 zu 1 oder 0 zu 1 Trois-Le-Havre 1 zu 0 oder 0 zu 1 Prognose für den 27. Spieltag der 1. Liga Und dem 28. Spieltag der 2. Liga Letzte Woche wurden ins G-Stumpt 7 Spiele-Spiele richtig getroffen Und zwar Valenciennes mit 1 zu 2 Lyon mit 2 zu 0 Paris mit 1 zu 1 Nenze mit 1 zu 2 Cateraux mit 1 zu 0 Reims mit 1 zu 0 Le Havre mit 1 zu 0 Nun die Prognose für Freitag-Samstag Lille Lyon 1 zu 0 oder 1 zu 2 Le Mans-Strasbourg 1 zu 1 Lenz-Tolose 2 zu 1 oder 1 zu 0 Lorient-Nenze 0 zu 1 oder 1 zu 0 Marseille Auxerre 3 zu 1 oder 1 zu 1 Mets-Kahn 0 zu 2 oder 2 zu 0 Monaco-Valien-Kienes 1 zu 1 oder 2 zu 1 Soka-Aux-Rennes 1 zu 1 St. Etienne-Neiss 2 zu 1 oder 1 zu 0 Bordeaux-Paris 3 zu 0 oder 0 zu 1 Ajakio-Reims 1 zu 1 Bonobne Amins 0 zu 1 oder 1 zu 2 Dion-Klermund 0 zu 1 oder 0 zu 0 Beugnum-Brest 1 zu 2 oder 1 zu 0 Goingamp-Sedain 1 zu 0 oder 1 zu 2 Montpellier-Angels 1 zu 0 oder 0 zu 0 Nantes-Liebe-Urne 1 zu 0 oder 0 zu 0 Njot-Jet-Raux 0 zu 1 oder 1 zu 1 Grenoble-Bastia 1 zu 1 oder 0 zu 1 Trois-Le-Havre 1 zu 0 oder 0 zu 1